Es wäre merkwürdig, wenn Marek jetzt irgendwie die geflügelten Drachen des Ra hätte. So suddenly Götterkapseln. That would be weird. Das wäre super weird. Aber gut. Das wäre cool, aber super weird. Oh Mann. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir jetzt gegen Marek gewinnen sollen. Uns fehlen so viele Monster jetzt. Wir haben so viele ins Gras gebissen gegen Bakura. Yummy Marek. Ich habe echt noch keine Ahnung, was im letzten Abschnitt kommen soll. Das totally beats me. Und Wind. Warum Wind? Der hat wahrscheinlich auch noch Wassermonster, um Feuer zu countern. Wieso soll ich ein anderes Match machen? Ich mache das so, wie es mir angegeben wird. Es ist zwar merkwürdig immer noch, dass ich hier... Eben, da müsste Kaibao Belisk haben. Und ich glaube nicht, dass er es hat. Und das noch mal andere Match ist Ishizu. Also, wir haben heute super wenig geschafft. Grüß dich, Pharao. Marek. Marek? Nein, ich bin etwas noch viel Mächtigeres. Es ist Zeit, sich gegen Schatten und Dunkelheit zu duellieren. Und ich habe nur Windmonster. Was willst du? Den Kapselmonster-Champion-Titel? Pfff. Den Titel? Hehehe. Der Titel ist mir völlig egal. Was ich will ist ganz einfach. Ich will alles. Ich will die Welt in meine Gewalt bringen. Now look at my dick. Aber was ich am meisten will, ist dein Untergang. Du bist wohl verrückt geworden. Ich werde dich aufhalten. Koste es, was es wolle. Hahaha. Dann lass uns mit dem Duell anfangen, Pharao. Alter, der deutsche Voice-Actor von Marek, ey. Alter, so top-notch einfach. So, was ist das denn jetzt für ein Feld? So, zeig mir mal, was du hast. Wieso Wind? Ich meine gut, wahrscheinlich, weil Finsternis einfach zu dominant wäre sonst. Ein Darkness? Und Blitz? Alter, du kannst ja auch nicht entscheiden, wa? So, unser Monster-Pool ist jetzt seichte. Hm, counten wir. Das Schlimme ist, der Vogel, er hält kaum was aus. Ich meine, schön und gut, er kann sich vier Felder bewegen, aber seine Angriffsreichweite ist dann wieder meh. Ich würde zu gerne, warte mal, was brauche ich denn? Metall, Skorpion, Dildo, Bilbo. Äh, Level 3. Wisst ihr, wir versuchen es nochmal. Wenn wir das Ding geschickt einsetzen, vielleicht. Den hat's jetzt zerschossen. All unsere guten Monster hat's erledigt. Wieder Kobold könnte gut sein. Mon Navas, na? Feind, dunkler Magier. Vier haben wir noch, aber wir haben noch 500 über. Das ist eine gute Frage. Uns fehlen jetzt echt einige unserer potenziellen Monster. Als ich dich das letzte Mal mitgenommen habe, hast du hart versagt. Das möchte ich nur mal so betonen. Weil deine Angriffsreichweite einfach schrecklich ist. Was ist mit dir? Genauso. Wir versuchen es mal mit einer Harpie. Gut, Mon Navas, du hast gewonnen. Du kommst mit. Gebe ich dir auch nochmal eine Chance? Ich mein, er hatte irgendwie einen Blitzmonster. Also viel Wind hat er nicht wirklich. Komm, da haben wir immer noch 81. Und wir geben dir nochmal eine Chance. Einfach, weil wir auch einen Pflanzen-, also einen Waldmonster brauchen. Der geflügelte Drache ist, mäh. Ich weiß nicht. Ich glaube, den brauchen wir nicht so wirklich. Das ist straightforward. Kann ich jetzt schon gucken, was du hast? Ja, er hat einen geflügelten Drachen- und Hüter der Festung. Er hat, was auch immer das hier sein soll. Den hat er. Okay, Ryokishin. Spreng-Jongleur. Und doppelköpfiger. Kein wirkliches Boss-Monster dabei, aber... Ich möchte das Ganze jetzt nicht... Ich möchte jetzt ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen. Müssen wir mal gucken. Harp hier können wir auch hier hinten platzieren. Die ist ja schnell genug. Ja, ich weiß nur, das Problem ist, ich glaube, der würde uns jetzt gerade nicht so helfen, der gute Drache. Krasse Mischung. Haben wir jemals schon mal einen Wassermonster mitgenommen? Für dieses eine Feuermonster, was er hat? So. 300? Ui. Oh, eine Menge zu Anfang. Die Musik ist hier so... Ich weiß auch nicht, ist das so eine Arschtuber-Musik schon wieder? Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe das Gefühl, die Harp hier können uns hier sehr hilfreich sein. Mon Lavas, dich lasse ich erst mal hinten. Du hast mich... Ich weiß, das war mein Fehler. Aber ich bin jetzt einfach mal der Chef, der sagt sich, Alter, du hast mich enttäuscht, obwohl es überhaupt nicht deine Schuld war. Dann lass uns mal sehen, was du wirklich drauf hast. Ich muss noch drei Schachteln Zigaretten rauchen. Nee, ohne Scheiß, ich finde seine Stimme super. Jetzt no shit. Aber die ist so unglaublich tief. Alter, der Typ klingt, als ob er wirklich so vorher einen Karton-Kiesel gefressen hat oder so. Deswegen mag ich seine Stimme eigentlich. Ich wüsste auch gar nicht, wie man den... What? Was zur... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Je nachdem, wo man steht. Oh fuck. Oh fuck. This is gonna be a problem. Warte mal. Halt mal kurz. Okay, bis auf die Spitze ist alles begehbar. Habe ich ein Duell dann gesehen? Kaber, was ist das? Nee, leider nicht. Das klingt aber interessant. Und da, wo er dann steht... Interessantes Duell. Das muss ich ja mal gerade sagen. Das ist interessant gemacht. Nur die Mitte ist da safe. Und halt dieser Steg da, den wir haben. Aber was passiert, wenn man da reintritt? Ach du Scheiße. Wie weit kann sich dieses Ding bewegen? Captain Snod. Wahrscheinlich Schaden. Und zwar nicht zu knapp. Wie viel kannst du dich bewegen, sag mal? Vier diagonal. Ja, jetzt hast du hier eine Turmspitze im Weg. Sorry dafür. Oh fuck. Die Musik auch, ey. Das wird ein interessantes Duell. Song. Erstmal schön viel von seinem Zeug runtersetzen. Hier können wir jetzt sogar schon tatsächlich das erste Mal Schaden machen. Ich hätte beinahe schon wieder den Battle einfach abgebrochen. Jetzt ist die Frage, bin ich dann sicher oder kann er... Er kann hier, hier... Könnte mir dann wehtun. Das ist eher aber... Er kann hier nur... Halt. Halt. Du hast nur ein Angriff. Du kannst also hier hin... Oder hier... Ne, du kannst einfach nur hier oder da. Du kannst mir also so nichts anhaben. Gut, dann platziere ich dich hier. Hau dir einmal auf den Kopf. Hau dir einmal voll auf den Sack. Ah shit, nicht genügend AP. Ich hab generell keine mehr, ne? Ja, hab ich nicht mehr. Okay. Schau ich mir, was du kannst. Pharao, ich werde dich ins Reich der Schatten befördern. Endlich sagt es mal einer. Meine Güte, wurde ja auch mal Zeit. Ich meine, wie viele Folgen sind wir jetzt schon drin? Endlich sagt mal einer das Wort Reich der Schatten. Meine Güte. Okay, muss ich mir mal angucken. Klingt witzig. Oh shit, he's pissed. Ah! Ah! Okay, then. 94, das geht ja noch. Der andere kann mir nichts anhaben. Und der Rest ist von ihm noch nicht mal beschworen. Bis der was zu melden hat. Und ich glaube nicht, dass die rechtzeitig da ankommen. Jetzt wird man nicht großkotzig, Yugi. Bingo. Ist nicht viel. Aber es genügt, um ein bisschen Erfahrung abzugreifen. So langsam nähert sich dieses Eichhörnchen. Das ist zwar ein sehr langsames Eichhörnchen. Aber es ist ein Eichhörnchen. Den hat er das letzte Mal gar nicht bewegt. Der will unbedingt von dem Ding aufs Maul kriegen. Boom. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Vielleicht ist die KI auch so... ...vor Angst erstarrt von diesem Goop Juice. ...den ich jetzt hier überall bei ihm verursache. Ach shit, ich hab nicht mehr genug. Ja. Ja gut, bleibt Kakerlakenlord halt wieder zu Hause. Who cares? Ich denke mal, ich mach noch keiner. Ich muss mal gucken sowieso, wie lange ich heute mach. Ich mein, das Ganze geht jetzt hier... ...weil wir bei Bakura so lange festhingen. Wir hingen bei Bakura einfach so unglaublich lange. Deswegen, ja. Müssen wir mal gucken. Ja, 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 Juri. Das hab ich jetzt schon 20 Mal von dir gehört. Dass du deinen Job nicht richtig machen kannst. Wir müssen mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt hier... ...wie das hier jetzt läuft. Gut möglich, dass wir hier noch hart auf den Sack kriegen. Vor allem, ich möchte nochmal dran erinnern... ...wir hatten... ...ein Angebot laufen. Dass ich den letzten Kampf gegen Bakura... ...ohne Schaden mache. Well, ich glaub, das hatte sich sehr schnell erledigt. Warte mal, wie bewegst du dich hier? Zwei und zwei. Das heißt, du kannst hier hin... ...kannst mir also... ...kannst mir mal einen Buckel runterrutschen. ...Destruction. Puh! Der Ishizu kommt noch. Die ist ja super plottwichtig. Ne? Also die ist ja super wichtig, ist die. Dive Kick! So, das ist das Problem. Das Problem hat sich gelöst. Hahaha! Netter Angriff! Sehr effektiv! Pharao! Pff! Es kommt mir gerade so vor, als ob er am Ende seinen Satz vergessen hat. Ah shit, passt nicht. Dann stellen wir dich mal hier hin. Weißt du was? My Dark... My Dark Boy... Klatsch das... Klatsch das Ding mal weg. Schieb deinen Hut zurecht und klatsch den mal weg. Casting Meteor! Genki Dama! Kleine Flamme! Okay, gut. Jetzt haben wir fast alles durch. Okay. Das läuft doch jetzt gar gar nicht mal so schlecht. Jetzt geben wir ihm hier nochmal was zu denken. Hier auch noch. Und hier geben wir ihm auch nochmal was zu denken. Denn die Figuren können weiteren Befehle... Ja, ist ja richtig so. Schick mir ein neues... Neue Viecher, die ich wegfahren kann. But why though? Ah cool, er hat ihn ins Goop geschickt. Du laser maulst mich nicht an, das sei dir. Aber er hat sein Vieh ins Goop geschickt. Ein heftiger Schaf. So eine Harpia hält ja zum Glück ein, zwei... Den Treffer nicht mehr aus. Ja gut, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber dafür sind die wenigstens jetzt... Relativ gut... Ah, okay. Dann wollen wir doch mal... Boom! 50! Wenn du im Goop stehst. Autsch. Okay, 50 Damage, wenn du im Goop stehst. Wir wollen also nicht im Goop stehen. Wir können uns hierhin stellen und den wegfeuern. Das wäre sogar gar nicht mal so eine schlechte Idee, glaube ich. 69? Ne, 69. Okay. Wir können uns aber auch hier ins Goop stellen. Ne, das wäre ja blöd. Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht hier. Mach deinen Zug oder gib auf! Was? Seid ihr auf einmal alle so ultra stinkig? Meine Fresse! Wenn ihr keine Zeit habt, geht nicht einkaufen oder so. Meine Güte! Pissbirne! So, hier stelle ich mich zwar voll ins Goop und werde dann wahrscheinlich... Ja, ich gehe nächste Runde drauf. Aber... Oder... Ich sorge dafür, dass er überlebt. Warum will ich eigentlich immer meine Viecher in den Tod schicken? Meine Güte! Was habe ich immer so... Ne? Okay, das ist mirrored. Warte mal. Wo steht denn der... Ah shit, er hat mich jetzt ins Goop geschickt. Aber, wenn ich jetzt... Ich stelle mich mal... Hier. Und schicke denn dein Vieh zur Not ins Goop. Ich weiß, das Zeug hat garantierten Namen, wo die hier stehen. Aber für mich ist es einfach nur das Goop. So, jetzt müssen wir mal gucken. Du bist angeditcht. Du bist... Ich auch nicht so eine große Gefahr. Du könntest ein bisschen tricky werden. Wo kann denn unser... Dunkler Boy hin? Du könntest hier nämlich da angreifen. Ich könnte mich aber auch hier... Hin verkriechen und sagen... You know what? Ja, du bist da nicht wichtig. Du kannst mich da... Sogar tatsächlich angreifen. Wenn ich mich da hinstelle. Ja, leck mich fett. Aber hier kannst du es nicht. Gut, dann stell mich halt hier hin. Das ist hier ein echt interessantes Match, weil es halt viel mit dem Positioning zu tun hat. Das gefällt mir. Autsch. Ja, gut. Ey, war mir schon fast klar. Verschwendete Punkte. 90 hält er aus. 90 hält er aus. Mon Lavas ist leider immer noch ein verdammt guter Tank. Muss man sagen. Über 300 Punkte. Das ist schon nicht zu verdenken. Aber jetzt geht er zum Kill und stellt sich dafür in Scoop. Ja, das soll mir recht sein. Sofern du deine... Wenn du deine Viecher da unbedingt drin haben willst. Mon Lavas opfer ich da gerade gern für. Es hat jetzt drei deiner Viecher gekostet, um da was zu machen mit. Und die stehen jetzt da drin und nehmen Schaden. Und das saft dich. Allein für die beiden sind schon 100 Damage jetzt. Ohne dass ich da was gemacht habe. Aber du wirst es ja wohl nicht wagen, mir jetzt hier den Kill zu dennein, weil du hier deine Viecher da in die Suppe stellst. Du kannst da nix. Du kannst da nix. Mein dunkler Magierboy. Aber dich könnten wir hier hinschicken. Zwar in Scoop. Das tut zwar weh. Aber du kriegst endlich mal einen Kill. Minion, du kriegst endlich mal einen Kill. Ist das nicht was? Ich mein, das müsst ihr ja wohl aushalten. Das bisschen Gloop. Predatored. Ich find das Ding so cool. Destroyed. Bonko. Uppala. So, ich könnte dich angreifen. Ich mein, sobald ich da jetzt stehe, war es das sowieso mit meinem Skorpion. Sofern ich in der Soße stehen bleibe. Aber immerhin krieg ich da noch einen Kill raus. Fick dich, du Bolzen. Alter. Das Problem ist, der Goblin ist jetzt schon wieder so richtig wertlos. Weil er vom Positioning her einfach nicht passt. Die stellen wir mal da hin. So, der Kagerlakenredder. Ja, komm, wisst ihr was? Sonst kommen die nämlich zu mir. Der kann das nämlich, soweit ich weiß. Er hier bewegt sich diagonal und haut mich dann weg. Ja. Deswegen, also bevor... Ich könnte natürlich derbe zurückgehen. Und dann die beiden das machen lassen. Oder ich lass sie da drin einfach krepieren. Das geht natürlich auch. Das ist sogar gar nicht mal so eine doofe Idee. Es ist der nur im Weg. Du kannst dich gerade bewegen. You know what? You know what? Du bist sogar gar nicht mal schlecht. Wieso benutze ich dich nie? Du bist eigentlich gar nicht mal so doof. Halt doch mal den Schnabel, ja? Ich klatsche dich schon noch früh genug weg. Keine Angst. Ich bolz dich schon noch früh genug. Ich blade mich voll его. Ja, danke. Ich bin halt gekommen. Du bist doch immer wieder fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017